Herzlich Willkommen zu einer heutigen Folge von DSTD. Wir werden weitergraben. Schreie hat sich um die Geschichte für heute. Letzte Folge. So können wir jetzt mal auf Graben konzentrieren. Im 12. Juli werden wir los müssen und auf die Kiste holen. Die abgeworfen werden muss. Aber wir haben jetzt 9. Wir können aber schaffen. Der Kram muss fertig werden. Bis zum nächsten Minuten ist es noch mehr Luftraum, um die entsprechend zu verredigen. Das soll nicht unser Ausdruck mehr führen können. Wir nehmen dann noch ein paar Gruppen. Die Entwanderung ist gut. Das 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 war was ich für heute gehört habe. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir später noch mal neuer ziehen, später, und hier werden wir auch noch ausbuddeln. Für den Leben ist es leicht cleverer hin heute. Ich habe einen Punkt zu vergeben, und ich exhi. So, hatte ich mir etwas vorgenommen. Und zwar... Ah, jetzt können wir eine 50 fahren. Neujita? Ja, wir fahren kurz 50%, aber auch immer mehr, ne? Neujita? Man muss ja was machen, nicht. Das entspricht einer Farm hin, wo wir das meist, vorallem, wenn ihr hier, äh... ...daten wo wir die erstellen können. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man auf die Zeit haben, dann sagst du, wie es hier ist. ...und dann ist es nicht so. Ich habe ja den hier will runtergelegt. Ich gehe hier und so. Das ist also kein Thema, dass ich da finden wollte ich genug, und ich noch bauen wollte. Ich kann das Bild nicht auch geben. Aber... ...kanns kurz den Kau drücken. Ja. 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 Da haben wir ihn hier. Ja, da ist es gut. Unser Erdbauher mal testen. Was er fliegen würde. So, obwohl ich lieber den für... ...für den gesehen würde für unser Herz. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das war's für heute. Die werden kaum Ungebäckene Gäste möchten wir nie haben Ja, die werden wohl näher im Socken gesunken, wenn sie nicht mehr rein Ja, die werden wohl näher im Socken gesunken Okay. So, die Richtung fahren. Und die Gäste sind fertig. Gut, die brauchen noch nicht einfach. Die wollen ein bisschen Zeit legen, aber nicht? Die hat ja gerade in die Brunnenbrille. Vor allem, dass wir Besuch kriegen, ne? Ja, aber schade, wenn das alles so schweißen würde. Das klingt ein bisschen... Was hier? Das können wir stehen, so. Was ist das? Alles gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, der frisst viel Benzin, das ist ein Problem. Was ist das? 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 Das war's. Das Ding ist aber gut. Äh, Kids, Hälfte, äh gut. Gefahren Bäume. So, jetzt haben wir hier. Und jetzt geben wir Archive. So, jetzt sind wir hier. 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 So, jetzt ist es eine schöne, schöne Grube. Ich kiefe Graben für eine neue Nachbarn. Was ist das? Na, wo lag's denn? Schon mal den Kram fertig. Die Ecke jedenfalls. So, wir müssen kurz gucken, ob wir jetzt hier lang gehen. Im Haus ist unwitzig. Wie ich am besten lang gehe jetzt. Muss ich wieder mal die Partei herstellen, sonst ist auch nichts. Der ist aber zwölf, der wird entsprechend schon mal grob im Atal her. Und das sind zwölf grobdüsen. Der Flieger entsprechend her. Ach, fehlt. Das kommt ja nicht mehr rein. Oh, wie genug gewesen. Ja, war gut. Leben halt über den Kram, ne? Beziehungsweise, wir könnten über den Keller gehen, aber das war hier einfach nicht gemein. War da zu lange dauert. Wenn man eine Ecke wegnehmen, eine Fahrerei. Das gilt bei der zumindest Vorderracht Fahrerei. Hier, als tiefes Faktor verkommt, können wir uns nicht hin auf dem Visier nehmen. Unsere groben Gesinde, also groben, ganz groben. Entschuldigung, wir sind sicherer, wenn ich eben noch ein Teil wegnehme, dann kommen wir nicht hoch. Dann kann ich von hier oben Visier nehmen. So, komm, am 10 fertig. Weicht ja nicht, ne? So, wir fahren auf. Hier haben wir die Höhle, also hier. Achtung. Wir stehen hier raus und wir fahren. Das funktioniert. So, wir fahren auf. Wir fahren auf den Visierfall. Ich halte, wir gehen hier rein. So, was hat mich getan? Wir warten hier vorher nicht. Hier haben wir die Höhle, zu können. Bleinen? andere Fbers. Entschuldigung. topping matter. So, den Herstlagern wir ein, können wir hier auflassen. Mal gucken, wie einer kommt. Meistens kommen die Mandanten richtig gerne an. Beziehung, weil sie einfach los sind. So, das ist mal hier so ein Wasser. Wir werden mal Wasser wiederholen. Wasserbekehren aufgenommen. Dann teilen wir noch eine rein. Komplikieren. Wir werden hier den Herst am Beziehung reinpacken. Beide. Beide in die Position. So. Der ist halt. 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 Der ist vivier. Die Kiste hier fällt voll. Kommen wir den. Duh,ey. Gut, jetzt holen wir mal ein paar kleine Talia. Vielleicht kann man es auch hier mal machen. Boah, jetzt können wir was bauen, wenn wir mal wieder wegkommen. So. Hier gehts. Die UN-Gaben, und später noch einen anderen Weg. Wollen wir noch hoch? So, wo ist unsere Kiste? Da oben. Wollen wir kurz gucken? Bleibst du auch da? Bleibst du da. So, cool. In diesem Bereich, da oben? Na, da war ich schon mal. Wollen wir mal schauen, wo wir am besten langfahren. Da ist ja der Fluss. So, um günstig zu fahren. Aber wir fahren trotzdem hin. Wir nehmen dann gleich ein paar Autos mit, da will ich hin. Viele werden nicht sein, ich werde mal da gewesen. So, hier ist ein Kaffel, ne? Ausnahmsweise dazu. Hier ist ein Parapar mit. Wo ich absteige. ausnahmsweise dazu. Aber es hat auch P-F égalität, ne? Auf geht´s. Ich versuche mir den nächsten Drückkel, dann links. Ja. Übrigens. Na, da könnte ich was. Ich hab's nicht lange gehabt, der Kabel. Aber ich drücke die Jungs. Die Brille. Die Brille ist hier nicht so normal. Ich hab's nicht gehabt. Die Brille ist hier nicht so normal. Ich könnte jetzt den Draht werden. Nichts unten. Soack ich bin, damit ich weiß. Was ist das an dem Zitze? Ich bin genau da. Ich kann keine Bisschen. Klar, das war dann der Weg. Wir haben hier schon wieder einen Platz. Ah, hier haben wir ihn. Ich bin der Kiste, aber ich bin der Kiste. Ich bin der Kiste. Ich bin der Kiste. Ich bin der Kiste. Ah, hier ist unser Power-Bomb, ah, kommt ja. Können wir eigentlich mal ein bisschen Mais fördern? Beziehungsweise... Ich würde gesagt, ich mache mal die Kiste und dann schauen wir mal, was wir noch nicht mehr sehen. Dann können wir mal gucken, hier, das ist doch schon ein Haus drin. Aber ich mache mal die Kiste, das ist ein bisschen wichtiger. Die Kiste ist von dem Kram oben. Da sind zwei Autos, ein paar Maiskram, ich hier auch. Die Grüne... Ja... Upsa... Hier machen wir die Kiste und dann gehen wir unten. Und das ist der Genügende her, ne? Ich hoffe aber ins Geheim, dass man eben mal was Hackes finden kann. Wie eine Hacke zum Pflanzen von diesen Dingen. Nur ein hohes Vorbereiten zu machen, in der Klampe. Na mittendrin, ich glaub's nicht. Äh, ja, das ist brauchbar. Das ist brauchbar, sag man so, ne? Auch nix für Essen. Das Eisabgut, äh, französisch. Die müssen kreativ werden, die müssen Eier suchen. Eier machen's auch, ne? Eier... Eier sind nicht schlecht, also... Die bringen was. So, zurück zur Straße. So, ich glaub's. Du brauchst... Du brauchst XP. Musst einem glauben. Du brauchst XP. Du brauchst 4 XP. So. Du brauchst 4 XP. Hier war ein Händler. Und ein Vogelhäste. Und ein Vogelhäste. Und ein Hase. Ich brauch nicht Fleisch. Ich brauch nicht Fleisch. Das muss ein glauben. Hält gut. Obel nicht weg. Was ist das? Ich dachte, wir werden hin, ja. Und diese, ne? So, wir haben den Torgelassen hier. Auf Zucker. Wir werden noch durchgegriffen, ne? Hier Da schauen wir unser Auto an hier. ja, gut, und da oben vor Kappen nicht gut nicht gut ich muss mit dem Lärm nach oben nicht nach oben ich weiß wie du vorst, nicht so gar nicht die brauchen wir ein bisschen verziehen ja, viel Wetter ich hab gedacht, auch ein Stück Lüge, ja, alles gut Kappen Medien, Stoffen, alles vollgebar auch drücken viele Teile viele, viele dann fahren wir in die Rille eigentlich ungünstig, umso schwer wir da sind ja Mann, Trusor, ich hab zum ersten Mal ein Trusor mal kurz gucken mal kurz gucken anklopfen dann 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 spiel so mal kurz also Maschinengewehr, das gefällt mir das war ein Magathiemann ja, das ist gut der ich hab' mit Luft da locker auch nicht mehr da gewesen ja, ich hab' mit Luft auch nicht mehr da gewesen so abbauen tun wir hier nix ich bring kein Benzin so, mal gucken, was ist das hier ich muss hier mit dem Fahrer reinkriegen was jetzt noch ein bisschen Teile runterliegen oh hier gehts hoch aber leider nicht zu ruhen so, fliegen wir zurück zum Fahrer da kommt da nur ein Hasen angelegen wo ist das Fahrrad da unten irgendwo ah, schöne Bären das sind eigentlich die Erkriege normalerweise wir gucken wir gleich näher ja na ja Umlagern! So, was brauche ich nicht unbedingt. Kann ich lernen. Was kann ich nicht staken, dass die Batterie zum Beispiel. Kann ich staken? Kann ich auch nicht weiter finden. Werden sie nicht hängen. So, können wir sie hängen. Kann man sagen, wir haben auch nichts. Finden groß. Medizin, ja. Wir werden auch nicht finden groß. Kannst du hier mal auch nicht finden. Ich denke mal. Seht ihr schon? Genau. Wieder auf. Eisrohr auf. Ich weiß noch. Ich weiß noch nicht. Das wird halt nicht so ganz zu schwer bezahlen, ne? So, jetzt weg zum Fahr. Ohne ein bisschen Mais. Hau dir hier vorne nach dem Kopfschild an. Hau dich mit. Das könnte Steck haben. Irgendwas zu können. Ich hab' das nicht mehr raus. Ich hab' die Halsmäher, oder? Häuser gehen freundlich rein, sonst nehmen wir schon noch mehr, da wären wir jetzt sehr leisternig, weil wir eh nix mitnehmen können, mehr oder weniger. Da vorne ist ein Parmauk, das wäre interessant. Ob wir da was finden, was wir für uns gebrauchen können? Erstmal daran freuen, den können wir gleich mal begrüßen. Da ist ein Auto. Da ist ein Bisschen. Wir müssen mal gucken hier, ob die kriegen können. Übersteigen können wir nicht mehr. Da ist ein Auto. Ich habe die Auto zeugt, wo wir zufrieden sind. Ah, ah. Oh, Auto. Sauber! Mal schauen, ob wir nicht können. Wir haben auch noch Platz. Wir haben auch noch Platz. Ist ja nicht so, dass wir keinen Platz haben. Aber wir müssen ja erst einmal zu sehen. Jetzt haben wir noch ein Problem. Wir haben ja zu wenig. So, glaube ich besser. Wir sind noch ein Problem. Wir haben nur noch die Freilich-Velge. Was schlussest? Wir haben nur die Anbetracht. Wir sind noch ein Problem. Sch Golf, gut. Jetzt müssen wir es. Das war's für heute. Schauen wir mal, dass der Schuh steht. Schauen wir mal. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder.